So, da wir uns etwas länger jetzt durch die Street bewegt haben, gehen wir mal zurück nach Throne of a Drain. Throne of a Drain war für mich so eines der hübschesten Sets in den letzten paar Jahren, Jahrzehnten sogar schon. Und ich hab mal hier noch so ein Promopack geholt und das würde ich jetzt ganz gerne für uns aufmachen. Als allererstes haben wir hier eine Speise. Zwar meiner Tappen, Opfern, drei Lebenspunkte bekommen. Auf der anderen Seite ist ein Code, den zeige ich gleich wahrscheinlich sogar noch. Flut aus Tränen, sechsmal eine Hexerei, bringe alle bleibenden Nicht-Kalent-Karten auf die Hand der Besitzer zurück. Falls auf diese Weise vier oder mehr Nicht-Spielsteinkarten auf die Hand zurückgelegt wurden, kannst du eine bleibende Karte aus Deine Hand ins Spiel bringen. Okay, das ist nicht schlecht. Gläserner Sarg. Zwar meiner Artefakt kommt, wenn es ins Spielfeld kommt, kann es eine Kreatur mit Mana kosten drei oder weniger exilen, solange wie der drin ist. Ist nicht schlecht. Und steinerne Schlange. Stonecourt Serpent. X-Mana 0-0. Reichweite, Trampel, Schutz vor mehrfarbigen und kommt halt mit so vielen plus 1-1-Maken ins Spiel. Das ist ganz cool gewesen. Ich finde das ganz cool mit den Dingen, aber das Feeling von den Karten finde ich halt leider überhaupt nicht cool. Die fühlen sich so falsch an. Und wie gesagt, ich habe hier noch den Code. Ihr könnt euch drum prügeln. Der Erste, der ihn eingibt, gibt ihn halt ein. Dementsprechend bin ich dieses Mal da raus. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.